so nehme ich und dann scheiße den autoclave tun dann kommt hoffentlich das raus was ich haushaben möchte hoffentlich hoffentlich ich bin mir nicht sicher es geht doch schon mal gut nein und ich saß jetzt wieder passiert und wir lassen dann kommt er nicht rum ich komme nicht rum dass das dazu wird vielleicht nehme ich es einfach hin dass es so ist wie es ist aber es ist wenigstens da wo ich hin will ok schön dass wir nochmal alles sinnfrei umgebaut haben hat ja sonst nichts zu tun das könntest du mir wenigstens sagen wo das zeug am tiefsten ist wäre das eine möglichkeit das war doch das richtige ne ja so sein doch nichts muss ich brauche die da brauche ich dann wohl fünf jetzt muss ich langsam produkte am start an den start bringen auf fünf das heißt wir halbieren dann haben wir zehn dann könnte ich halbiere ich einfach nochmal schwere geburt ich weiß das kriegen wir nicht mehr raus das ist doch so ein autoknav aber ich eier halt vorbei wie stark ist denn da die wirkung 80 67 kannst doch alles nicht mehr tragen wie soll ein mensch das nur ertragen wenn ich anfange zu singen dann wie geht die katze im nachbardorf selbstmord das wenigstens was wäre das zeug jetzt 215 habe ich nicht habe ich mich angst mindern habe ich das nicht hergestellt ich habe was habe ich gemacht also weil es nicht weiter verbessert weiß ich wie sieht sie mit dem schönen hautausschlag aus habt ihr da bock drauf ja oder ihr bock auf hautauschlag wer hat keinen bock auf hautauschlag und dann noch zweier ding da hat man doch bock drauf ein hübschen hautausschlag was für die scheiße erstmal schütteln die mir die geschüttelt haben können wir sie zusammenfassen wo muss ich da überhaupt hin mit dem hautausschlag auf die 12 ich muss hier auf jeden fall zusammenführen vorher diesmal mache ich kein multi medikamenten scheiß ich mache einfach schön ein medikament und dann passt das schütteln dann mischen dann bringen wir erstmal so ein standard medikament raus dann kann ich später noch coolen scheiß bauen gut dann mischen wir den dreck jetzt noch richtig rum mischen dann wird das auch was ich glaube die basis muss wieder unten sein ja perfekt so und dann muss die konzentration mindestens zwei nach oben dann machen wir drei draus ich nehme die drei ich wurde eingestellt zum denken mich zum lenken mich zum denken ne hautausschlag wollen wir ne hautausschlag verdampfen nicht durcheinander kommen zu spät ich bin immer durcheinander auch wenn ich schlafe wenn ihr meine träume hättet werdet ihr auch durcheinander kommande zurück vorbei was macht den blutdruck senkend als nächstes blutdruck senkend blutdruck senkend da sechs bis zwölf wäre der aktive bereich zwei bis acht noch vier jahre das wird auch wieder nix ich bin dazu komplett unfällig über dieses spiel so habe ich jetzt inzwischen a 60 also ab a wird es dann doch langsam besser langsam ich habe das verkäufe fast ich muss mal kurz noch hier verbesserungen machen mit was geld einsparen so wann wirkt denn das optimal gar nicht die können nicht zur not noch raus machen die krankheiten hier mehrere überlegen wäre es vielleicht gut das da unten zu erforschen das ist neu hatte ich das schon mal ich glaube nicht das sollte ich mal benutzen so jetzt könntest du mal erfolgreich werden soll gleich sein ich will doch noch wissen wann das optimal ist das wäre eigentlich 6 bis 12 wäre das da 10 bis 15 ist definitiv zu viel aber 6 bis 12 wäre halt noch drin ich habe doch schon hier eine 60 prozent ist ziemlich wenig 4 das ist außerhalb allen bereichen leider ja dann ich die anschlüsse von diesen maschinen noch immer maximal nicht da wo sie haben will das ist unglaublich äh moment das ist die falsche richtung sehe ich gerade ähm halbieren will ich doch halbieren wollen wir den scheiß doch und zwar auf 6 dann müssen wir noch 2 mal runter das ist nicht immer so ewig dauern machen wir hier 75 prozent ja scheiß auf die fortschlinge weiter machen wir hier lobbyismus ich brauche euch minus die spionage ich darf noch verbessern ähm alle 97 importiert und bei den kosten spinnt wohl nicht ist das was wert nicht so wirklich aber gut ich wollte nochmal punkte ausgeben um das ne habe ich schon hört mir einfach gar nicht zu das ist die klügste Entscheidung wir machen können ich habe noch gar nicht äh habe ich schon Hustenkrämpfe guckt mir so bekannt vor ne ok ok ja Details Hustenkrämpfe muss ich erstmal auf 8 5 machen wir nochmal 3 mehr ne halten wir es einfach einfach und dann muss ich mal meine ganzen einfachen medikamente verbessern dass diese ganzen nicht erstmal rausfliegen zwei punkte forschung billiger mal stehen wenn auch dann ja also alles von diesen billig dingern da mal rauseiern da bin ich mal so die grund ding ab ähm lindert erst mal wir haben doch noch ein zweier stoff brauchen heftigen zweier stoff wieder ja das hat dann leeres ding und der ist am das einmal schütteln das ist verwirrend was spiel ich hier überhaupt wer bin ich wo bin ich was bin ich ein rechter Mausklick offensichtlich es ist erstaunlich wie oft mir das passiert auch ein spiel wie gotik oder so und dann verspiele ich gerne mal einen kommentar äh kein kommentar ein ähm ein dialog das ist die basis das ist richtig was sind wir denn dann ok sind wir bei 8 17 macht 9 ja 16 verdoppeln wir einfach und erhöhen noch mal 1 ideal und was muss ich dann damit machen ah ah dissolver habe ich dann noch irgendwo rumstehen perfekt man muss maschinen ja nicht gleich wieder verkaufen äh nein 6 bis 11 ja was kann man äh da äh jetzt muss ich langsam mal so ein bisschen Richtung du Dingens gehen Autocluff da haben wir hm das wird das mit den Zielen nichts mehr 4 Jahre verbleibend puh puh Moment mal ich kann ein Heilkubakulose damit machen äh vergisst die naja wobei machen wir weiter analysen ich muss mal kurz erstmal gucken was ich dafür überhaupt brauche dann muss ich auf neun bis zwölf und jetzt bin ich bei 16 neun bis zwölf ich muss um vier runter jetzt noch mal ein dann machen wir das gleich einen richtig luxuriösen schieben wir das nochmal na komm hab halt davor 75% was heißt testet 50% achso das ist die Effizienz der Maschine ähm ne was muss man da noch damit machen Hygienischer Kondensator alles klar fragt das doch ich meine dass jeder so richtig fetten scheiß mitmachen kann neiiiin das ist auch eine nach ne Moment doch pass ich hab mich nicht vertan sprach der Hahn und stieg von der Enten Moment ja geil keine Ahnung wo das hinführt aber es ist aber es ist